Hallo zusammen, hier sind Andi und Jenny von Travelisto, dem Reiseblog und Podcast für aktive Familien. Wir haben uns was Neues überlegt und zwar möchten wir euch mitnehmen auf verschiedene Tagestouren. Zusätzlich zu unseren regulären Podcast-Folgen nehmen wir kürzere Folgen auf, die verschiedene Tagesausflüge beschreiben. Von uns aus gesehen in die Nähe. Wir wohnen ja in Köln und wir machen oft Tagesausflüge, vor allem am Wochenende und da ist ja immer gut sich zu überlegen, was ist was, was für Erwachsene interessant ist, aber auch den Kindern Spaß macht. Und da wollen wir euch verschiedene Ausflugsziele hier in der Region vorstellen, zum Beispiel in der Eifel, im Bergischen Land, im Ruhrgebiet und da geht es um Natur, Kultur, draußen sein und mit der ganzen Familie Spaß haben. Ja, apropos Spaß haben, da steigen wir doch mal direkt ein. Unser erstes Ziel, und das sind Gewässer und zwar fließende Gewässer im Süden von Köln und zwar die Aga. Die Aga ist ein kleiner Fluss, 70 Kilometer lang, fließt mehr oder weniger durchs Bergische Land und mündet dann am Ende in der Nähe von Siegburg in die Sieg. Und da sind wir auch schon beim zweiten Gewässer, die Sieg. Wo kommt ihr her? Aus dem Rothaar-Gebirge. Da ist die Quelle und die fließt auch einmal quasi, ja, lang bis nach Siegburg-Bonn und mündet da in den Rhein. Und da kann man oft sehr aktiv sein. Wir fahren da öfters mal vorbei, um Wochenenden zu verbringen oder Wochenendausfliege zu machen. Ich meine, es fing so an, dass wir uns vor einigen Jahren die Seahawk zugelegt haben, oder? Genau. Stimmt, vorher waren wir auch schon anders unterwegs, aber von der Seahawk erzähle ich vielleicht mal kurz. Das ist unser Boot sozusagen. Wenn ihr euch jetzt so eine Yacht vorstellt, das ist es nicht. Damit könnte man auch nicht auf der Aga und Sieg fahren, sondern es ist so ein kleines Schlauchboot, wo man, wenn man Kinder hat, die noch nicht ausgewachsen sind, auch zu viert ganz gut Platz nehmen kann. Also sehr komfortabel ist es nicht. Man würde jetzt nicht ein reißendes Gewässer mehrere Tage lang damit befahren können. Wobei? Vielleicht schon. Man müsste sich ganz gut verstehen und sich ein bisschen dünn machen. Aber auf der Aga und der Sieg kann man damit gut unterwegs sein. Ich möchte kurz betonen, dass der Name Seahawk nicht von uns stammt, sondern so hieß das Schlauchboot von vornherein. Aber das ist natürlich ein mega kerniger Name. Es ist ja nicht die Marke. Es ist einfach der Name des Schlauchboots im schicken Grün gehalten. Und ja, damit kann man in den See stechen. Und da eignen sich die Aga und die Sieg gerade in den Sommermonaten hervorragend. Ja, und die eignen sich auch für kleinere Kinder, die vielleicht noch nicht so ganz sicher schwimmen können oder bisher nur das Seepferdchen gemacht haben. Denn das sind jetzt keine reißenden Gewässer, sondern man kann da ganz gut mit den Füßen drin planschen. Man kann auch an manchen Badestellen ganz gut ein bisschen schwimmen. Und man kann eben ohne Probleme mit einem Schlauchboot da langfahren. Und die Strömung ist auch nicht so extrem, dass man da nicht wieder zurückkommen würde. Ja, zum Beispiel an der Aga, da kann man starten in Oberrad und fährt dann halt so, lässt sich einfach so ein bisschen treiben Richtung Siegmündung. Und wir haben uns ja auch öfter so kleine Stellen ausgesucht und entdeckt. Wenn man da einfach mal bei der Aga entlang geht und einfach mal durch den Wald geht, dann gibt es ja immer wieder so kleine Buchten und kleine Strände, wo wir uns dann niedergelassen haben. Und dann von da aus immer so ein bisschen mit unserer Seahawk in See gestochen sind oder in Fluss gestochen sind. Aber es kamen auch immer wieder so ganze Jugendtruppen oder verschiedene Gruppen auf ihren Schlauchbooten Luftmatrassen an uns vorbei. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass es am Vatertag war, oder? Kann das sein? Oder irgendein Feiertag, dass da solche Gruppchen vorbeikamen. Genau, präsentiert dafür. Aber es ist tatsächlich sehr beliebt, dass man sich halt quasi von Oberrad so einfach die Aga entlang treiben lässt. Da gibt es dann teilweise noch ein kleines Beiboot, wo ein Bierkasten drin war und so. Also das waren immer lustige Gesellschaften. Und wir haben uns da auch quasi eingegliedert, beziehungsweise sind halt von so kleinen Buchten, die man einfach mal selber erkunden muss. Einfach mal hinfahren, ein bisschen lang spazieren. Und wir hatten halt statt Bierkasten einen unserer Jungs hin, an dem Boot hängen, die dann uns mit ihren Füßen noch so ein bisschen Anschwung gegeben haben und mitgeschwommen sind. Genau, also das ist wunderbar an der Aga. An der Aga kann man auch lang spazieren. Also ich spreche hauptsächlich von dem letzten Teil der Aga zwischen Oberrad und der Siegmündung. Siegmündung, da kann man ja so ein bisschen lang spazieren, wandern. Es gibt aber auch den Fahrradweg und das ist der Aga-Sülsradweg. Der führt da halt auch lang mal näher am Fluss, mal ein bisschen weiter entfernt. Und den kann man eigentlich ganz schön langfahren. Man kann idealerweise aber auch umgekehrt fahren, von der Siegmündung hoch, flussaufwärts. Dann gibt es halt einmal, fährt man ein bisschen nach Oberrad oder man biegt halt ab und fährt Richtung Rösrad-Hoffnungstal. Und da enden die beiden Radwege. Und da gibt es dann jeweils auch eine Zugstation, einen Bahnhof nennt man das auch, Zugstation. Und da kann man natürlich dann wieder zurückfahren, beziehungsweise zum Ausgangspunkt. Das heißt also, man ist da eigentlich ganz gut infrastrukturell versorgt. Ja, und das Schlauchboot kann man ja auch relativ klein zusammenpacken. Könnte man sogar auch mit dem Zug machen. Genau. Kommen wir zur Sieg. Die Sieg, ja, ist ein bisschen größer, ein bisschen länger, 155 Kilometer lang. Und wenn man mal anfängt, wir waren zum Beispiel bei Sieg in der Nähe von Hennef in der Stadt Blankenberg. Das ist auch ein schönes Ausflugsziel. Es thront quasi auf einem Felsen über der Sieg. Das ist ein Ortsteil der Stadt Hennef, war beim Mittelalter eine eigene Stadt. Und so sieht es halt auch so aus. Es ist eine mittelalterliche Stadt mit vielen Fachwerkhäusern und eignet sich wunderbar für einen kleinen Spaziergang. Man muss erst mal so ein bisschen hochkraxeln, musst du dazu sagen. Man kann auf dem Auto fahren, da gibt es einen Parkplatz oben. Aber natürlich abenteuerlicher, wenn man da hochwandert. Ja, da ist ein bisschen steil. Und dann kann man oben ganz nett einkehren. Also da gibt es so Ausflugslokale und Cafés, wo man wirklich einen ganz tollen Blick hat. Und auch für Kinder ist es einfach toll, die gerade so im Ritterburg-Alter sind, weil man sich da wirklich vorstellen kann, wie es im Mittelalter ausgesehen hat. Also ich stelle mir nur gerade die Bergischen Waffeln vor, die man da in dem Panorama-Café mit Terrasse hat. Die waren auch lecker, ja. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Ort. Da gibt es dann ein Heimatmuseum, ein Weinbaumuseum. Also man kann da so ein bisschen Zeit verbringen, das nett mit dem Spaziergang an der Sieg kombinieren. Die Sieg entlangfahren kann man aber auch wunderbar mit dem Fahrrad. Da gibt es zum Beispiel von Windeck bis zur Mündung in den Rhein. Der ist ungefähr auf Höhe so zwischen Bonn und Troostorf ungefähr. Da gibt es einen Radweg und sind 64 Kilometer, gibt es mehrere Etappen. Die kann man eigentlich auch sogar an einem Tag schaffen. Das ist relativ kindgerecht, da kann man ganz gut langfahren. Und ein Highlight ist natürlich ganz am Ende, kurz vorm Rhein, die Siegfähre. Die verbindet nämlich Troostorf und Bonn miteinander. Das Spektakuläre ist, ich glaube, die Fahrt ist kürzer, als das auf die Fähre drauffahren mit dem Fahrrad. Sie dauert nämlich nur anderthalb Minuten. Die Sieg ist jetzt nicht so wirklich breit, ist aber trotzdem ein kleines Highlight. Und das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Diese Fähre gibt es halt immer noch. Und sie ist ganz klein und schnuckelig. Ja, und an der See gibt es auch schöne Badebuchten. Wenn es warm ist und man mal keine Lust hat, auf den Badesee oder ins Schwimmbad zu gehen, dann findet man da auf jeden Fall ein Plätzchen, wo man gut ein bisschen schwimmen kann, ohne dass es für Kinder irgendwie zu reißend oder zu gefährlich wäre. Und dann gibt es so ein paar Buchten, wo dann zum Beispiel auch, kannst du dich noch daran erinnern, da hing so eine Art, hatte jemand an, so ein Seil wie so eine Lianenschaukel gebaut. Und da konnte man so über der Sieg schaukeln und sich ins Wasser plumpsen lassen. Also da gibt es so ein paar ganz, ganz nette Ecken, wenn man da einfach mal die Siegauen lang spaziert, dann findet man da auf jeden Fall ein schönes Plätzchen, wo es auch nicht so überlaufen ist und wo man gut ein bisschen schwimmen oder zumindest ein bisschen planschen und paddeln kann. Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt noch gerade ein, das Ackerwehr. Das ist ganz kurz, bevor die Acker in die Sieg mündet. Da gibt es das Ackerwehr. Und da drunter, da sind relativ breite Kieselstrände und sogar so kleine Insel, also aus Kiesel. Und das ist total ideal für kleinere Kinder und dann ein Stück weiter runter die Sieg auch. Also da lohnt es sich auch mal am Wochenende vorbeizuschauen und wenn das Wetter gut ist und ja, ein bisschen sich zu erfrischen. Ja, und man kann es halt auch gut mit dem Weg dahin verknüpfen, über die Siegauen zu laufen. Das ist einfach, die Landschaft ist auch schön da. Genau, also Sieg und Acker, lohnt sich mal vorbeizuschauen. Mit und ohne Seahawk. Genau, was sich auch lohnt, ist unseren Kanal, unseren Podcast zu abonnieren, denn dann verpasst ihr auf gar keinen Fall unsere nächsten Tagestouren, die wir in der nächsten Zeit veröffentlichen, aber auch unsere regulären Episoden. Also ja, abonniert gerne den Podcast, hinterlasst einen Kommentar und ja, wir freuen uns auf die nächste Episode und die nächste Tagestour. Bis dahin, ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Mach's gut, 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 mach